Ich bin ein bisschen nervös. Ich kann sowas nicht spielen, aber ich gebe alles. Schön! Hallo? Hallo? Ich mach mir jetzt schon in die Hose! Ich probiere die Knöpfe! Ich gucke mir noch die Knöpfe! Geh weg! Nein, ey! Das ist so offensichtlich, dass da was kommt! Ich weiß nicht, wo ich hin soll! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Oh! 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 Kacke! Kacke! Tod! Also jetzt sind wir schon wieder tot. Was ist das denn? Komm, 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 mein Mann! Linda, lauf doch jetzt, du dumme Kuh! Das wird nix! Das gibt's nicht! Oh mein Gott, ich hab's geschafft, nach Millionen Versuchen! Oh mein Gott! Ist das Grill oder was? Ich geh da nicht hin! Nein! Lass mich raus! Lass mich bitte raus! Was? Du kranke Kuh! Du kranke Kuh! Was? Lass mich gehen! Ganz ehrlich, da geh ich ganz bestimmt nicht wieder rein! Halt die Schnauze! Kleines Stück Kacke! Ich kack mir grad ein, ehrlich! Guck mal, guck mal! Ah! Da unten! Ah! Guck mal! Nein! Nee, 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 nee! Komm sofort zurück! Da! Wisst ihr Bescheid? Hallo? ist das ein Zombie? Junge, das ist ein Zombie! Nein! Oh Gott! Ich kriege da schon Schocken! Schrecken! Schock! Ein Schrocken! Ich kriege einen Schrocken! Okay, also wir haben unsere Sachen zurück. Nee! Tschüss! Du hast aber einen großen Boden. Yay! Uh, uh, uh! Limbero! Das Beste! Das Beste im Spiel ever! Ich freu mich wieder ganz doll! Der hat aber auch ein dickes Gehenge, ne? Weißt du, ich seh dich nicht? Oh! Oh! Ah! Ai ACTION D gosta! Oh, come on! Oh! Das ist so großartig. Oh mein Gott! Shit of your life, ey! Eins, zwei oder drei. Es ist auch kein Trick dabei. Nur ein Geist. Spiel doch mit. Bei eins, zwei oder drei. Was ist es? Was? Was? Es ist an uns dran. Keiner macht den Ruhm. Bis zur nächsten Folge bei Treadhought. Du verdammtes Stück. Alter, bist du ein Stück. Da war doch was. Töte mich nicht. Und schon sind wir tot. Yay, wir sind tot. Iseros. La 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 la. Ah! Oh, was? Willst du mich verarschen, Junge? Ah! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann, ey. Ehrlich? Oh. Oh Mann, irgendwie. Oh. Oh Mann, irgendwie. Oh. Oh. Okay, wir sind in einem Raum. Omar, indem gleichäher hier, wenn wir Gleich vor der Saalfluegen vor dem Zimmer geht. In dem gleich, Portheh? Wenn ich zu der Saalfluegen aufkomme. Wir kommen grad vor den Saalfluegen auf. Wollen sie's noch mal sagen. Warum setzt sie sich denn da auch hin? Was war das? Oh mein Gott! Ja, stress nicht rum, du blöde Kuh. Hallo, kannst du mich mal durchlassen? Kannst du mich mal... Nein, du stirbst jetzt nicht. Du machst das jetzt nicht alles von vorne, Linda. Du bist nicht schön. Finde ich kacke. Ich finde, dieses Auge ist das ekelhafteste, was ich hier in meinem Leben gesehen habe. Was? Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020